Wir wissen, dass es verschiedene, eine ganze Reihe von Arten gibt, wie Cannabis Krebs behandeln kann. Auf Papier ist es wirklich extrem wirkungsvoll. Aber wir wissen nicht ganz sicher, wie verlässlich es genau ist, dass Tumore zurückgehen. Wir wissen es jetzt noch nicht. Dieses Medikament wurde genutzt innerhalb der letzten 5000 Jahre. Illegal ist es erst seit einer Generation oder zwei. Der Hauptgrund dafür war, dass die Amerikaner nicht wollten, dass weiße Frauen mit schwarzen Männern rumhängen und zusammen Marihuana rauchen. Und dann hat man Mischlingskinder und dann würde die Welt zugrunde gehen. Also haben sie den Rest der Welt überzeugt, dass man aufhören sollte, das zu nutzen. Der Premierminister von Kanada sagt, mir doch egal. Ich breche das. Es macht eine ganze Menge Dinge. Es verhindert Metastasenbildung. Es verhindert, dass Blutgefäße in den Tumor reingehen. Und eine ganze Reihe anderer Dinge. Hilft dem Immunsystem. Nicht nur im Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen, aber auch, wenn das Immunsystem Krebszellen attackieren soll. Und von dem Stadium, dass es die Krebszellen beschützt, geht es dahin, dass es die Krebszellen abtötet. Es hilft extrem, dass die Krebspatienten wieder Appetit haben. Zusammen mit dem Omega-3-Öl. Es hilft auch dabei, Schäden zu reparieren, die durch Sauerstoffmangel erzeugt wurden. Bei Schlaganfällen zum Beispiel oder Herzinfarkten. Oder sonst andere medizinische Diagnosen, wo der Blutfluss nicht korrekt läuft. In den Beinen zum Beispiel oder auch sonst andere Körperteile. 40 Milligramm wirken sehr beruhigend. 90 bis 100 Milligramm am Tag sind für ernsthaftere Diagnosen. Immer mit einer geringen Dosis starten und dann langsam die Dosis erhöhen. Nie mit einer hohen Dosis anfangen. Dann kann es sein, dass man sich extrem schläfrig fühlt. Niemals sollte man mehr als 450 Milligramm überschreiten. Aber ich denke, die richtige Dosis ist 2 Milligramm pro Kilogramm. Ich denke, die richtige Dosis ist 2 Milligramm pro Körpergewicht pro Tag. Es kann in zwei verschiedenen Dosen eingenommen über den Tag. Ich bin 100 Kilo. Ich brauche maximal 200 Milligramm. Wenn es so funktioniert, gibt es keinen Grund, warum ich meine Dosis erhöhen sollte. Der Grund, warum wir höher gehen würden als das, ist, dass wir das THC reduzieren können. Wenn wir kein THC enthalten haben, gibt es auch keinen Grund, höher zu gehen. 40 bis 200 Milligramm, dann ist es schon ein extrem wirkungsvolles Medikament.